Zunächst aber zum Schlupflied. Ein Schlupflied ist ein hängendes Augenlied. Die Straffung von Schlupfliedern gehört zu den häufigsten Schönheitsoperationen. Aber Schlupflieder können so ausgeprägt sein, dass sogar die Sicht eingeschränkt ist. Tina Roth hat für uns recherchiert, wo ist die Grenze? Ab wann sollten Schlupflieder aus medizinischen Gründen korrigiert werden? Um diese Frage zu klären, treffe ich einen Augenarzt, der sich auf solche Operationen spezialisiert hat. Seine Patientin, die 70-jährige Ilse Meinecke, hat ein Schlupflied und möchte es operieren lassen. Ich darf sie begleiten. Ist für Sie so der Schönheitsaspekt wichtig jetzt an der ganzen Geschichte? Nein, weil ich eigentlich wieder lesen möchte. Ich kann also nicht richtig lesen, weil da ist immer wie so ein Schleier auf meine Augen. Dieser Schleier kommt vom Litrand, der zu tief über ihrem Auge hängt. Schon vor dem Termin in der Klinik hat ein niedergelassener Augenarzt ausgeschlossen, dass die Augen selbst das Problem sind. Also der graue Starr und die Netzhaut ist untersucht und Sie können eigentlich mit jedem einzelnen Auge, aber auch mit beiden Augen ganz gut sehen. Trotzdem haben Sie Sehstörungen und Geschwerden. Ja, ich habe das Gefühl morgens, dass alles runterfällt irgendwie. Woher kann denn sowas kommen, dass das Auge runterfällt? Ist das genetisch rein oder? Das meiste ist doch, auch wenn man das nicht gerne hört, meiste ist doch altersbedingt. Das sind einfach Veränderungen im Bereich des Bindegewebes und die Schwerkraft wirkt auch im Gesicht, sodass alles, was wir an Haut und an Bindegewebe im Gesicht haben, allmählich ein bisschen nach unten gesagt haben. Durch die sogenannte Augenfelduntersuchung wird nun geprüft, wie stark das hängende Lied ihre Sicht einengt. Wenn irgendwo ein Licht aufblinkt, dann drücken Sie den Knopf. Nur wenn es eine tatsächliche Einschränkung im Alltag gibt, übernimmt die Krankenkasse die Operationskosten. Mal erscheinen Lichtpunkte in der Mitte, mal unten, mal weiter oben. Frau Meinecke drückt viel zu selten, die oberen Punkte sieht sie nicht. Gleichzeitig filmt eine Kamera ihr Auge. Es wird deutlich, ihr Lied verdeckt schon fast die Pupille. Wenn wir eindeutig eine Einschränkung sehen, dann ist es auch in der ärztlichen Hand zu sagen, das ist so und dann wird ein Eingriff auch von der Kasse übernommen. Aber es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ilse Meinickes Fall scheint eindeutig. Dr. Schaudig will nun entscheiden, wie er das Schlupflid operiert. Es gibt verschiedene Ursachen, die jeweils einen anderen Eingriff erfordern. Ursache Nummer eins, zu viel Liedhaut. Das ist das klassische Schlupflid. Wenn Sie nur einen Überschuss an Liedhaut haben, dann kann man den entfernen und dann ist das Problem auch gelöst. Manchmal ist auch die Augenbraue verantwortlich. Wenn die runterhängt, drückt sie aufs Auge. Dann muss die Haut über der Augenbraue gestrafft werden, damit die Braue sich hebt. Wir haben aber jetzt hier ein tief stehendes Lied. Das liegt an der Funktion dieses Muskels, der das Lied hebt. Das ist das Dritte. Direkt unter der Liedhaut liegt ein Muskel, der für das Heben des Lieds zuständig ist. Wenn der, wie bei Frau Meinecke, ausgeleiert ist, muss der Muskel verkürzt werden. Und die überschüssige Haut natürlich auch. Aber Vorsicht! Wenn zu viel Haut entfernt wird, dann passiert das. Dann bleibt das Auge offen. Und das passiert dann meistens im Schlaf. Dann wird das Auge am nächsten Morgen trocken sein. Wir kriegen auch Patienten, bei denen es nicht gut gelaufen ist, bei denen genau dieses Problem entstanden ist. Und dann muss man natürlich schauen, wie man es korrigiert. Ilse Meinecke soll eigentlich in der nächsten Woche operiert werden. Doch wenige Tage nach der Untersuchung erhält sie ein Schreiben von der Krankenkasse. Die Operation sei nicht notwendig. So etwas kommt öfter vor. Dr. Schaurig schaut sich die Untersuchungsergebnisse noch einmal genau an. Das heißt, es gibt hier eine Einschränkung. Die Patientin berichtet auch Beschwerden. Und da muss der medizinische Dienst jetzt eigentlich mir erklären. Und da genügt mir jetzt die Antwort der Krankenkasse nicht. Sondern da möchte ich sie schreiben, des medizinischen Dienstes, weshalb er das so sieht. Wenn sich der Arzt tatsächlich mit der Krankenkasse anlegt, klappt es in den meisten Fällen dann schließlich doch. Auch bei Ilse Meinecke. Wie lange wird das jetzt dauern, der Eingriff bei Frau Meinecke? Wir brauchen etwa pro Auge eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Also insgesamt etwa eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Nach der OP bleibt Ilse Meinecke zur Sicherheit noch eine Nacht im Krankenhaus. Eine knappe Woche nach der OP. Die Fäden sind gezogen. Das Ergebnis deutlich sichtbar. Beim Eingriff war Ilse Meinecke bei Bewusstsein. Ja, erst macht er ein Auge und dann schnippelt er da dran. Und dann das andere, dann muss ich ab und zu mal die Augen wieder schließen. Will er gucken, ob das nun richtig ist. Dann sagt er, nee, das gefällt ihm noch nicht. Und dann schnippelt er noch ein bisschen. Merken Sie jetzt schon einen Unterschied? Die Operation ist ja jetzt erst fünf Tage her. Ein bisschen Blut unterlaufen noch und so. Aber das ist, finde ich, nicht so schlimm. Das geht alles wieder weg. Und was können Sie jetzt, Sie hatten ja so erzählt, wo Sie so Probleme vorher hatten. Ja, mit dem Lesen. Das geht wunderbar wieder. Fazit. Der Eingriff am Schlupflied sollte von einem auf Augen spezialisierten Operateur gemacht werden. Und stört das Schlupflied eindeutig beim Sehen, muss die Kasse zahlen. Auch wenn man manchmal darum kämpfen muss.